Es ist eine ganz schön knifflige Wetterlage, die uns da in den nächsten Tagen bevorsteht. Nicht nur, dass es Extremwetter geben wird, heftige Gewitter, Starkregen, lokale Überschwemmungen, all das ist möglich. Die große Frage ist auch noch, wo kommt das ganze Zeug am Ende eigentlich runter? Das ist immer sehr schwer vorherzusagen, sowohl für jeden einzelnen Tag als auch natürlich von der großen Wetterlage in Richtung dem kommenden Wochenende. Wir schauen erstmal auf die Lage vom Dienstag. Da haben es noch ganz leicht mit Hochdruckeinfluss zu tun. Zumindest im Osten noch mit sehr heißer Luft, die aus dem Südosten Europas zu uns kommt. Aber dann nähert sich von Westen her eine Tiefdruckrinne. Und dann gibt es genau dazwischen, teils kräftige Schauer und Gewitter in den nächsten Tagen mit Unwettergefahr. Und dann sollten wir den Fokus schon mal lenken auf dieses Tief hier, das vom Nordmeer zu uns herunterkommt. Und auch das wird dafür sorgen, dass es nochmal Schauer und Gewitter geben wird. Aber die große Frage ist, wo nistet es sich am Ende ein? Wir schauen mal hier auf die Druckverteilung und Temperatur in fünf Kilometern Höhe. Da erkennt man das Ganze auch ganz gut. Je nachdem, ob wir uns auf der Vorderseite befinden oder auch direkt drunter, wird es sehr, sehr unterschiedliches Wetter geben. Vor allem dann zum Ende der Woche. Schauen wir mal auf den Donnerstag. Das ist zumindest jetzt aktuell das wahrscheinlichste Szenario, dass es dann im Nordosten schon wieder schöner wird. Temperaturen hier nochmal von 26 bis 30 Grad warm bis heiß und dass sich das Tief dann hauptsächlich im Südwesten Deutschlands auffällt. Dann hier teilweise auch nur mit 21 bis 23 Grad immer wieder Schauer und Gewitter. Höchste Werte vielleicht in Stuttgart um 25 Grad. Ja und am Freitag, da sieht es aktuell eher nach einer Nord-Süd-Verteilung aus. Das ist zumindest, was das europäische Wettermodell sagt. Das würde bedeuten im Süden wechselhaftes Wetter, Schauer, Gewitter, vor allem nicht ganz so warm. Im Norden dagegen teilweise Sonne pur von früh bis spät, bei Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad. In den Tagen danach gleicht sich alles so ein bisschen an. Das heißt also wechselhaftes Wetter, Schauer und Gewitter und meist Temperaturen von 20 bis 23 Grad. Das heißt also wechselhaftes Wetter und Wetter, Schauer und Gewitter und Gewitter.